Musik Herzlich Willkommen im dritten Jesus Haus. Ich finde es voll cool, dass so viele da sind. Ich glaube es wird jeden Abend mehr voll gut. Thema heute ist neu. Du bist frei. Jetzt kommen die krassen Leute auf die Bühne. Youtube Gang Jesus Haus ME. Wir haben zwei Challenges heute. Eine für euch und eine für uns. Die Challenge für euch ist es, dass das heutige Video, dass es mehr Likes kriegt als das gestrige Video. 12 Likes und 33 Mal das Video angeschaut. Also das war das was ihr macht. Ich erkläre mal was wir auf der Bühne hier machen. Wir machen nämlich eine sogenannte Handschuh Challenge. Ich habe da verschiedene Handschuhe gekauft. Einmal vom Marktführer aus Malaysia. Und dann habe ich noch da die No Name Handschuhe aus China. Ich erkläre die Challenge. Der Phil und der Jakob werden sich mit mir betteln. Wir werden nämlich versuchen diesen Handschuh über den Kopf zu ziehen und mit der Nase so weit aufzublasen bis er platzt. Dafür kriegt jeder Challenge Teilnehmer zwei Handschuhe. Wir machen es mal so. Jakob nimmst du einen Büsschen raus und einen vom Marktführer. Ich erkläre die Challenge Regel auf mein Kommando. Gehe das Ganze los. Die Handschuhe werden über den Kopf gestülpt bis zur Unterkante der Nase. Und dann aufgeblasen. Bei wem als erstes der aufgeblasene Luftballon platzt. Der hat gewonnen. Eins, zwei, drei. Das wird maximal zwei Handschuhe benutzt werden. Ja, aber der Philipp ist schon fertig. Wir sind schon fertig, oder? Genau. Der Philipp war nämlich schon fertig. Gut. Dann von meiner Seite herzlichen Dank. Richtig krassen Applaus von Philipp, der die Challenge gewonnen hat. Das war richtig. Da ist schon fertig, dass sie viele Punkte sind. Da ist wirklich gut, ob du dich aussage in dem Landleri. Und zwar. Und zwar. Jetzt ist es noch nie,